Das ist nicht gut. Trafos laden das Gebäude auf und die Polizisten sitzen darin fest. Juri, kompliziert war noch untertrieben. Ich muss die Trafos deaktivieren, damit deine Leute raus können. Oh. Selbst Wettbewerbschaft. Brauchen sie deine Hilfe bei den Dämonen. Darum bin ich hier, um deine sämtlichen Strom- und Dämonenprobleme zu lösen. So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin wieder mal zu nah gekommen. Sorry, Leute. Dann hat etwas mit der Aufnahme nicht ganz geklappt. Wie haben sie den überhaupt befestigt? Und fliegen kann man damit bestimmt auch nicht so leicht. Haben die etwa extra für diese Sache geübt? Fragen über Fragen. Oh. Oh. Wow. Wow. No. 2 fertig noch drei man elektris komplizierte super schocken eskapaden habe ich echt nicht vermisst als ein recht war die polizei mit energietransformatoren anzulegen er macht so was wo oh 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 Jetzt geht's Ah Oh So ist das Sie sind frei, aber die Dämonen geben nicht auf. Ich muss helfen Oh Oh Ach Ach so hehehe okay ok Uri beide Reviere sind sicher ich bin jetzt erstmal raus melde dich wenn irgendwas ist mache ich und danke du hast uns eine Chance verschafft ok ich muss schnell zum Partner Center in Haarlem und May helfen ich wurde aufgehalten bist du okay was ist los ich erledige das verdammt tempo piet tempo verkehrskontrollpunkt sicher sucht nach spider-man Peter, Feuerwehr und Rettungsdienst sind unterwegs. Oha. May, May! Wir sind hier drüben! Tante May, ich hab sie. Haltet durch! Tante May, geht's Ihnen los? Geht an ein Fenster! Zu weit weg! Moment! Dann, macht euch bereit! Komm schon, du blödes Ding! Na los, May! Ich hab dich! Oh mein Gott! Los! 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 Miles, komm schon! Los! 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 Wir haben dich. Wir haben dich. Wir haben dich. Ist May okay? Alle in Sicherheit. MJ, wenn du und meins nicht gewesen wärst, wär ich... So tot wie ich, wenn du mich nicht tausende Male gerettet hättest. Ich schulde dir noch ein paar Mal. Sehr schlau. Hey. Tut mir leid, dass ich's vermasselt habe. Es ist nur schwierig, immer die Person zu sein, die gerettet werden muss. Ich will auch mal jemanden retten. Ich meinte nicht, dass du das nicht kannst. Noch Partner? Immer. Hey. Ich wusste nicht, ob still, mit Kohlensäure, Medium, spritzig oder sonst was. Also hab ich eine von jeder. Stör ich? Nein, ähm, MJ. Miss Watson und ich besprechen die Strategie. Strategie? Ganz recht. Die Stadt ist in Gefahr. Sie braucht Hilfe. Unser aller Hilfe. Okay, gut. Dann sag an, Coach. Okay. Teile und Herrsche. Miss Watson. Wir brauchen ein Antiserum gegen den Teufelsatem. Auskorb entwickelt etwas. Aber das wird garantiert Octavius und Lee in die Hände fallen. Wir müssen das Heilmittel finden und sichern. Ich gehe ein paar Hinweisen nach. Malz, du musst dem Fiest Augen und Ohren offen halten. Wenn was ist, ruf mich an. Wir müssen das Center und die Leute dort schützen. Okay, alles klar. Und was wirst du machen? Eine Bande von kostümierten Irren nimmt die Stadt auseinander. Und ich avanchiere mich. Okay. Hey, halt! Wie ruf ich dich an? Ich meine, hast du denn ein Handy in deiner... Tasche oder sowas? Miss Watson gibt dir meine Nummer. Viel Glück, Team. Du hast deine Nummer, bist du Spider-Mans-Freundin? Es wäre so cool, wenn... Na los, Sherlock. Jetzt zeig mir doch mal deine Wassersammlung. Die Stadt fühlt sich etwas sicherer an. Malz ist bei Fiest. MJ sucht ein Heilmittel für den Teufelsatem. Jetzt sollte ich Otto suchen und verateln, was auch immer er geplant hat. Juri, wir müssen jetzt die Drahtzieher finden. Noch keine Spur zu Octavius? Nein, nichts. Die Forensik kann sich nicht mal den Times Square ansehen. Alle außer den Praktikanten sind krank. Vielleicht finde ich ja was. Ich halte dich auf dem Laufenden. So, schauen wir mal, was wir machen können. Ah, die Reisen sind jetzt wieder offen. Sehr gut. Aber wir werden jetzt hier... ...schauen, dass wir solche Marken verdienen. Weil das sind nur Basismarken, die man hier kriegt. Säbel aus dem Posten. Das ist auch reizvoll, mal zu machen. Aber ein anderes Mal. Oh, wo bin ich jetzt überhaupt? Fail. Ich bin da. Das ist wieder ungemein einfach, die Arbeit. Oh, shit. Mit Zeit, nur keinen Druck. Gehe doch. Okay. Okay. Oh. Okay. 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 Genau diese Missionen hasse ich. Ich muss schnell und leise sein. So. Was war das? Mach ein Schläfchen. Ich sehe ihn! Nein! 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 Ich hasse diese Missionen. Einmal gesehen und das war's. Wenn sie mich sehen, ist die Geisel tot. Ja, man sollte mich nicht sehen. Denken wir einmal gefahrenlos eliminieren. Nein! Das ist es. Das ist es. Das ist so viel besser. Schhhh! Ist da jemand? Gute Nacht, Trottel. Sie sind so süß, wenn sie schlafen. Oh oh, wo bist du? Nein! Du bist nicht erwachsam. Zwei noch, zwei noch. Noch eine Minute Zeit, das läuft, das läuft gut. Nein! Der Letzte. Warum muss ich der Ohr schon umdrehen? Ich muss schnell und leise sein. Sei leise wie ein Mäuschen. Ui, ui, ui. Hallo, warum kann ich dich nicht anweschen? Ich hätte vorher anrufen sein. Geschossen. Jetzt hat mich der Laserstrahl getroffen. Wenn sie mich sehen, ist die Geisel tot. Schlaf schön. Oh, oh, oh. Was? Alter, geschossen. Ich muss schnell und leise sein. Oh, oh, oh. Oh, oh. Hier wird gearbeitet. So. Ich glaube, da ist noch irgendwo einer am Dach. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich bin sicher. Spiderman, töte die Geisel! Denen ist die Geisel tot! Ist da drüben jemand? Sie sind so süßwitzig. Alter, wieso kann ich da nicht gleich weiterspringen? Ich muss schnell und leise sein. Probier das trotzdem nochmal. Na, es geht sich nicht aus. Gott, geht sich nicht aus. Na gut, dann doch zuerst die Schaffensnoten. Wenn sie mich sehen, ist dein Geisel tot. Ist da drüben? Oh. Gute Nacht, Trottel. Gute Nacht, Trottel. Schießen will sich was mit mir. Always done at this mark. Sie sind so süßwitzig schlafen. Not done at this mark Nicht die Ruhe bei der Infiltration. Nein! Oh, das war Glück, das war Glück. Oh, oh. Oh scheiße, da oben ist noch einer. Du hast ne Pause verdient. Schlaf schön. Schlaf schön. Schon wieder eh. Schon wieder die zwei. Einmal mache ich das noch Leute. Außer ich werde gleich am Anfang entdeckt. Da mache ich es mehrmals noch. Ich muss schnell und leise sein. Was war das? Netze! Das war Spider-Man! Gute Nacht, Trottel! Stopp! Ich identifiziere dich! Netze! Spider-Man ist hier! Der hat mir noch gefehlt. Oh! Oh! Netze! Das war's bei dir! David, komm! Die ist da drüben! Schlaf schön! Das war's bei dir. Oh! Schlaf korrig! Der hat mir noch nie. Oh! Er... Sieht ihr hier? Es ist da ihr? Schlaf! Oh! Oh! So, und jetzt haben wir Zeit. Du bist sehr, sehr müde. Leute, wieso dreht sich der gleich um? Nein, Leute, das war jetzt so knapp. Das probieren wir jetzt wirklich noch einmal. Ein letztes Mal, Leute. Das gibt's ja nicht. Wenn Sie mich sehen, ist die Geisel tot. Gute Nacht, Trottel. Hey. Hey. Wer ist das? Glaub mir, das ist weniger schmerzhaft. Hey. Sie sind so süß, wenn Sie lahmgelegt sind. Hey. Sie sind so süß. Sie sind so süß, wenn Sie schlafen. So, jetzt die... ...zwei noch. Sie sind so süß. ... ... ... Schießt, wenn sich was bewegt. Stopp! Identifiziere dich. Lass dich nicht stören. Na, der Perfektion. Yes! Yes! Ich bin beeindruckt. Und doch klingt es, als wolltest du mich töten. Noch nicht. Ich kann noch so viel lernen. Oh, die viel Glück hatte vom Daily Bugle, als ich von dort zur Forschung gewechselt habe. Wirklich tolle Leute da. Und Jameson. Na gut, ich beende jetzt hier die Folge. Ich bin der Feindgemer. Macht es gut. Bis dann. Ciao und Baba. Bis dann. Bis dann.